Und Gott befahl ihnen im Traum, dass sie sich nicht sollten wieder zu Herodes lenken und zogen einen anderen Weg wieder in ihr Land. So geht genug, mein Schatz geht nicht von hier. Er bleibt nah bei mir, ich will ihn auch nie von mir lassen. Er bleibt nah bei mir, ich will ihn auch nie von mir lassen. Ich weiß gewiss, er liebt mich, mein Herz liebt ihn auch in die Glied. Und mir den ewig ehren, was könnte mich nun für ein Heil, als solchen Glück erstellen. Du, Jesus, bist und bleibst mein Freund und werd ich endlich zu dir flehen. Herr, hilf! Herr, hilf! So lass mich hilfestehen! Herr, hilf! 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 Wir stolten keine Schrecken, was könnt ihr mir für Frucht erwecken? Mein Schatz, mein Hort ist hier bei mir. Mein Schatz, mein Hort ist hier bei mir. Nun möcht ihr stolten keine Schrecken, was könnt ihr mir für Frucht erwecken? Mein Schatz, mein Hort ist hier. Mein Schatz, mein Hort ist hier bei mir. Ihr mögt euch noch so grimmig stellen. Brot nur, wie ich da, um da zu wählen. Das ist mein Heiland ohne Tier. Das ist mein Heiland ohne Tier. Ihr mögt euch noch so grimmig stellen. Brot nur, wie ich da, um da zu wählen. Doch ich, mein Heiland, wohne dir Doch ich, mein Heiland, wohne dir Nun möcht' ihr stolzen Feine schrecken Was könnt ihr mir für Futter wecken Mein Schatz, mein Hort ist hier bei mir Mein Schatz, mein Hort ist hier bei mir Nun möcht' ihr stolzen Feine schrecken Was könnt ihr mir für Futter wecken Mein Schatz, mein Hort ist hier bei mir 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020